Papa, schau mal! Wie blass du denn jetzt schon? Was ist das denn? Also, glaub mir, geht das Ding. Oh, cool. Ehrlich. Wo war denn das da jetzt? Wo war das denn jetzt gerade? Oh, Mann! Was ist das denn? Ach. Cool. Ein heiliges Osterei. Cool. Das war jetzt ja wohl mega cool. Noch eins. Wo noch eins? Noch ein Ei, genau. Zeig mal. Komm her, mein Schatz. Halt mal das da bitte auf. Der Gutschein. Seid ihr den noch? Warte mal. Mal schauen. Nein, da geht der Gutschein. Ganz toll. Mein Gott, wer was du jetzt alles bekommen hast. Ja, ich kann aber auch... Ja, ich kriege jetzt was. Boah, jetzt hat es aber, ich bin hier ganz ehrlich, heiliger Osterhase. Ich glaube, das war es jetzt wirklich, mein Schatz, weil so viel wie du jetzt hattest. Das ist schon ganz schön viel gewesen. So, Papier wieder weg. Boah, mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz, der Osterhase, der hat aber auch jetzt wirklich zugeschlagen bei dir. Ja? Ja.